Die Digitalisierung verändert unsere Welt. Manch einer spricht von dem digitalen Wandel, andere von der digitalen Revolution. Plötzlich werden Geräte smart und miteinander vernetzt. Das sogenannte Internet der Dinge. Ganz schön viele neue Begriffe, ganz schön viel Neues. Wohin soll die Reise bloß gehen? Die digitale Revolution wird bislang nur von Eliten geprägt. Dürfen diese Menschen alleine über unsere Zukunft entscheiden? Wir sagen, du sollst entscheiden. Es geht um dich. Was für eine digitale Welt wünschst du dir? Wie werden wir alle fit für die digitale Welt? Wie verhindern wir eine Spaltung zwischen digitalen Eliten und analogen Abgehängten? Wo finde ich die staatlichen Informationen, die ich brauche? Wie schaffen wir Transparenz und verhindern Korruption? Wie können wir lästige Behördengänge vereinfachen? Wie können wir Bildung und Forschung allen frei zugänglich machen? Müssen wir jederzeit überwacht werden? Und wollen wir in einer digitalen Welt unsere Grundrechte opfern? Wenn ein Großbauprojekt mein Leben beeinflusst, wieso kann ich dann nicht mitreden? Sollten wir nicht alte Mauern einreißen, um bei Gesetzesvorhaben aktiv mitzumischen? Wir wollen die digitale Revolution zum Wohl des Menschen gestalten. Deshalb haben wir in NRW zusammen mit Schleswig-Holstein und dem Saarland den digitalen Kompass entwickelt. Wir verstehen uns als Brücke zwischen Bürgern und Parlament. Sag uns deine Meinung und wir stellen sie im Landtag zur Diskussion, als Antrag oder Gesetzentwurf. Mach mit übers Internet oder live vor Ort. www.digitaler-kompass.de